Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 4. Ich habe mir schon ein Ziel ausgesucht, da fahren, gehen, schleichen, kriechen, was auch immer wir gleich hin. Am besten fahren, ich sehe hier glaube ich gerade was. Ja, das gefällt mir doch, das nehmen wir und gurken mal da hoch zur nächsten Mission. Wow, 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 okay. Ich schalte wieder, aha, Fahrhilfe, kein Signal, okay, warum nicht? Es ist eh besser, wenn ich fahre nach dem letzten Mal, was mir da passiert ist, wo ich da fast die Klippen runter wäre. Dank der Fahrhilfe ist es vielleicht eh gescheiter, ich fahre selbst. Ich habe es ja jetzt ein bisschen geübt bei GTA 5, jetzt kann ich ein bisschen besser fahren. Passt das schon. Eigentlich hätten wir auch querfeldein fahren können, ne? Ja, es ist wurscht. Oh, shit. Hoch, 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 hoch. Du übernimmst hier gar nichts. Nope, 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 nope. Benjen, benjen. Aufgeräumt. So. Brauche ich nichts mehr machen hier. Alles gut. Kurz einsammeln und dann fahren wir gleich weiter. Geht da hin. Ah! Na, sag mal. Nein, 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 nein! Ja, nein, nein, nein! Nicht den AJ über den Haufen fahren, ne? Steppen ihr. So. Ja, ist doch wieder ein Stückchen. Eigentlich... Hm? Ja, warum habe ich eigentlich keine Schnellweise dahin gemacht? Ah, warte mal. Ach, nee. Nee, hätte es ja nicht gebracht. Bin ja nicht gegangen. Mach mal eine Runde mit dem Quad, macht ja nichts. Oh, oh. Ich glaube, ich habe einen Wolf gehört. Neee! Okay. Das klingt doch ganz gut. Seht ihr? Ich kann mittlerweile echt super fahren. Oh, warte. Ui, 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 ui. Äh. Kinders. Rennt ihr eigentlich mir hinterher, hä? Ups. Ich dachte, hier waren gerade noch Wölfe, aber ich glaube, die sind jetzt abgehauen. Die hatten Schiss oder so. Das muss ich hier fast kurz mitnehmen. Da kann ich nicht vorbeilaufen dran, ohne dass ich das mitnehme. Hier die Truhen und so. Da ist die. Ihr wisst ja, wie ich bin. Ich bin ja so eine Sammlerin. Ich muss ja immer alles mitnehmen. Außerdem ist hier irgendwo, glaube ich, eine Maske oder sowas. Kann man aufmachen? Nee. Ist vielleicht eh besser. Was ist denn das? Will ich da runter? Anscheinend will ich da runter. Oh, oh. Komm ich hier raus? Ja. Komm schon. Ach, scheiße. Na doch. Das dachte ich schon. Ich komme nicht mehr aus der Pfütze. So. Was liegt denn hier alles? Was ist denn das? Dein Lied. Wenn ich die Maske schnitze, höre ich deine Stimme in meiner Finger... In meinen Fingerspitzen. Die Ziege. Ach so. Ja, nee. Ist klar. Warum liegt die hier? Und wo zum Teufel sind die? Ach so. Muss ich doch tauchen? Muss ich tauchen? Ah ja. Saufe ich wieder fast ab hier unten wahrscheinlich? Wo ist die Maske? Ach, hier. Oh. Nicht absaufen. Nee, nee. Alles gut. Ähm. Na ja, jetzt muss ich nur wieder irgendwie hier rauskommen. Gut. Aha. Hä? War der gerade schon hier, der Ausgang? Ich glaube, ich spinne. Oh, oh. Uh. Komme ich denn da wieder hoch jetzt? Ach, da. Nicht, dass ich mir wieder alles breche, weil ich irgendwo runterfalle, wäre ja nicht das erste Mal. Boah, da drin muss stinken, wenn da die Fliegen so rum... ...sich so rumtümmeln. Gut, wir fahren jetzt weiter. Gut, wir fahren jetzt weiter. Ich... Hier wäre zwar gerade irgendwo so ein Karma-Ereignis schon wieder gewesen. Ich denke mal, die sind weitergefahren. Nee, wursch. Da werden wieder Kisten, aber... Oh, guck mal. Ah. Upsa. Ja, das hast du davon, ne? Äh, wo ist da vorne? Ah, da. Äh, äh, nee, hier ist vorne, okay? Ja, ist nicht so einfach, ne? Ah ja, eigentlich wollte ich die Truhen mitnehmen, aber... Ja, nee, ich lass sein. Habe ich hier ein Signal? Tatsache. Ah, die Burg, die ich mal eingenommen habe? Äh, äh. Uh. So. Ajo, ist einmal eh schon da. Gucken wir mal, was er zu sagen hat. Gucken wir mal, was er zu sagen hat. E.G. Ein jeder, der Ohren hat, soll hören. Offenbarung 13.9 Ich bereite Predigter vor. Das sind viele Predigten. Und alle Menschen werden sich fürchten und verkünden, dass dies das Werk Gottes war. Ja, und für dich gibt es doch einfach ein Rennes Schaf. Finde es, folge ihm und bring mir, was du findest. Dem Schaf folgen. Okay. Ich folge dem Schaf. So, wo ist noch einer? Wo ist noch einer? Da ist noch einer. Haben wir schon alle? Ja, gut. Dann können wir ja weiterfahren. Warte, ich setze mir nur schnell... Äh, das wollte ich nicht. Achso, nee. Da brauche ich echt keinen setzen. Ein Schaf suchen wir jetzt, ja? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ein Schmuggler nähert sich. Lass dich nicht... Uh. Okay. Oh. Ja, wie soll ich mich denn hier nicht entdecken... ...lassen? Ja. Das wissen wir doch schon, dass ich das nicht kann. Folge dem Schmuggler zum Gewö... Gibt's hier... Ah ja, hier. Los! Oh, Mann. Zu langsam. Idiot. Äh? Ja, ich müsste ein bisschen schneller lesen. Ich weiß schon... Nee, jetzt lass dich nicht entdecken. Okay, dann werde ich jetzt gucken, dass... ...ich hier jetzt vielleicht irgendwie... Okay. Sehen die mich jetzt noch? Oh, shit. Jetzt hänge ich hier fest. Komm, schnell! Jetzt ist er gleich wieder weg. Komm. Nimm das Ding hier und... Oh, stein! Peter, in Ernst? Ja. Gut. Dann machen wir das jetzt noch mal. So, jetzt verfolge den Schmuggler. So. Und AJ, jetzt gibst du bitte ein bisschen Gas um den Tunnel, ne? So, ja, schön. Aufsteigen. Schön. Fahr. Wundervoll. Das kann ja auch funktionieren. Schau mal her. Ähm. Geh mal weg. Geh mal weg. Geh doch weg. Ich will die nicht verlieren hier. Sind eh gleich aus der Sicht. Steig ab! Ja, geh ins Wasser, hast recht. Oh Gott, halt. Was mache ich heute nur für einen Scheiß? Ah ja, naja, wenigstens. Wenigstens ist das. Wenn die Schrotgang ein bisschen schneller nachladen würde, dann wäre das auch schon mal recht wundervoll. Aber das spielst du irgendwie nicht. So. Jetzt holen wir uns die vielleicht ein bisschen leise. Ja, wenigstens schon mal zwei, ne? Das hat doch schon mal was. Okay. Das reißen wir schnell ab hier. Den Dreck. Ja, ein Kopfschuss ist ja auch nicht schwer mit der Schrot. Da kannst du auch auf, weiß ich nicht, auf die Beine zielen. Dann schaffst du es immer noch, den Kopf zu treffen bei der Streuung. Batsch. Oh, ne. Das wollte ich nicht, das wollte ich. Hallo. Ah, jetzt. Was ist jetzt los? Warte mal, jetzt muss ich nur kurz... Ja, hab ja noch alle Waffen. Gut. Oh. Ich? Oh oh. Die haben hier irgendeine Flasche ge... Ja. Boah, wie die fliegen. Oh shit. Die hat jetzt mich getroffen. Das ist super, ey. Ey, wo schießt denn der? Da hinter mir, so ein Idiot. Wie kommt der da hin? Wie kommt der denn jetzt da hin? Hey, du! Scheiße, scheiße, scheiße! Okay. Alter Porno. Wie viele alte Pornos haben die eigentlich dabei, diese Typen hier? Ich weiß jetzt nicht, wie der Typ da hinter mich gekommen ist, gerade erst. Äußerst verwonderlich. Wow. Ein bisschen Gold, hä? Äh, wo ist die Truhe? Soll die sein? Unter oder überhalb, wahrscheinlich. Ah ja, entkomme mit denen, okay. Oh. Das sind ein paar Menschen draußen. Ein bisschen was in die Luft, jagen, ist immer schön. Was machst du? Wie der das einfach aushält, oder? Ah, jetzt ist er aber geblocken. Hier ist auch noch irgendwo eine Truhe. Ah, hier ist die. Die nehmen wir wenigstens mit, weil wir die andere schon nicht finden. Oh, wartet. Das muss ich jetzt noch. Wäre ja schade drum, oder? Findet ihr nicht? Ich, ich fände es schade, wenn man das nicht in die Luft direkt, äh, jegt. Wenn das schon da ist. So. Was zum Fahren. Irgendwas. Ah, da hinten wäre mein Jet-Ski. Dann nehmen wir das. Besser als nix. Will nicht die ganze Strecke laufen. Dann muss ich da erstmal rüberschwimmen. Ist auch nicht so super. Wenigstens gibt es hier nicht diese ekelhaften Fische, die einen halb auffressen. Weiß ja nicht, ob das Riesenpiranje sein sollen, oder keine Ahnung. Oh, warte. Die Mühle nehmen wir noch schnell mit. Aufrichtige Ehrerbietung. So, jetzt aber. Tauche ich da jetzt extra runter? Ja, das mache ich. Schauen wir mal, was da drin ist. Was? 50 Jahre alter Scotch? Geil. Den hätte ich gern. Den hätte ich mega gern. Ich stehe so auf Whisky. Ah ja. Ja, wirklich. Das hatte ich doch letztes Mal schon mal, oder? Dass ich immer so schön aus dem Wasser fahre mit den Teilen. Kompensation. Uh. Anteil des Dami. Ja. Bei Leseinteresse bitte Pause drücken. Aber das wisst ihr ja schon. Ach so, ich müsste mir mal ein Ziel aussuchen, ne? Was ich jetzt mache. Oh. Die Zeit ist ja schon wieder um. Ja, auf jeden Fall machen wir jetzt Schluss hier und machen das nächste Mal weiter. Danke fürs dabei sein. Ciao.